Oder wollen wir es hier unten machen? 100% machen wir es hier unten am besten. Aber dann bräuchten wir ein zweites Schiff. Kriegen wir so schnell ein zweites Schiff? Sagt mal. Sagt mal schnell an. Ich weiß es nicht. Und was kostest du uns eigentlich? Kostet der uns was? Alles noch Fragen, die ich nicht beantworten kann? Können wir uns denn schon eine Werft bauen? Oder irgendwie sowas in der Art? Nö. Dann trinkt uns das zweite Schiff natürlich extrem viel. Ach, dann können wir doch so eine Dreierhandelsroute machen, oder? Habe ich doch vorhin... Habe ich doch letzte Folge mal gesehen. Ja, ich muss es noch drehen, ist gut. Wunderbar. Und jetzt? Jetzt haben wir schon die dritte Insel und die anderen haben immer noch nur eine. Dann bringst du mal alles hier drauf. Wie viel hat das gekostet? Oh, das hat... ...schon ein bisschen was gekostet. Wahrscheinlich reicht es für die Tabakplantagen, aber dann für den Rest nicht mehr. Also hier... ...für dieses... ...für dieses eine hier. Das ist ein Tabakplant. Richtig, woran liegt es? Aber nur an dem Stein. Okay, dann willst du mal schnell schnell... Setzt neuen Kurs! Richtig. Wir haben ja im Moment vier Steine. Ah, so wie ich das sehe, schon fast 200 Einwohner. Und hier kann man das mal schnell machen. Zack, zack. Boah, da hätten wir schon Tabak, hätten wir dann schon hergestellt, Alkohol haben wir dann schon hergestellt. Und das war... Was war das dritte nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Ach, Gewürze, okay. Wo kriegen wir die her? Gewürze haben wir ja noch gar nicht mehr. Hm. Muss ich mal auf Entdeckerreise gehen. So, das müsste reichen. Dann fährst du wieder hier runter, bringst du es da schon hin. Ja, ja, ja. Ich weiß, ihr müsst dann noch... Und selbst hier ist es noch nicht fertig gewachsen. Doch, jetzt da. Da hat die Oma das erste Mal was geholt, hier. Dann fängt das alles an zu arbeiten. Dann können wir hoffentlich die Steuern erhöhen. Dann ziehen hoffentlich noch mehr Leute ein. Und dann perfekt. Wenn ihr Tipps habt oder so, wie das hier mit den Steuern oder so richtig funktioniert, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Und ich möchte ja nicht hier so ein... So ein Rumrat-Let's Play machen sozusagen. Ne. Doch, jetzt ist es da am Kontor. Guuuut. Tabakwaren. Hier macht sich das das ganz gut. Machen wir mal einfach mal. Einmal hier rüber. Und dann dauert das einfach nur. Dann müssen wir nur warten. So, jetzt müssen wir das irgendwie noch verändern. Ne? So, das lassen wir mal. Hier. Da laden wir das ein. Dann fährst du nach hier. Da jetzt, äh... Wo ist es denn? Tabakwaren. Ach da. Jetzt das ein. Ne, das reicht ja jetzt schon. Ach ne, jetzt habe ich... Gott, ist das kompliziert hier. Okay. Und jetzt bringst du es nach da. Also wenn das funktioniert, dann... So. Habe ich mal kurz noch was zu trinken gehört? Und direkt wieder so lautes Wellenrauschen hier. Keine Ahnung warum. Wir haben jetzt Tabak und Alkohol hergestellt. Jetzt brauchen wir nur noch Gewürze. Ach genau, klappt das hier? Haben wir noch gar nicht ausprobiert. Los. Fahr los. Und dann will ich sehen ob das klappt. Gewürze. Und dann müssen wir eigentlich nochmal irgendwie ein Schiff herstellen. und dann irgendwie auf allen anderen Inseln nochmal gucken ob man da Gewürze her schenkt. Und ein paar... Oh. Oh, das war jetzt gerade gar nichts. Ne, hä, warte mal. Was soll denn dieser rote Balken da jetzt? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Also nochmal, wir haben... Alkohol haben wir noch überhaupt nichts. Hm, einkaufen. Okay, das kommt erstmal weg. Oder jetzt wird das gerade falsch angezeigt hier. Der Bedarf an Alkohol wird zu 78%. Ach so, jetzt geht's wieder runter. Äh ja, warum? Warum nur so wenig? Jetzt haben wir wieder eine Tonne, oder? Eine Tonne, ach so, okay. Das ist noch ein bisschen... Ach okay, und wenn das hier gar nicht erscheint, dann eben zu 100% erfüllt. So, können wir's machen. Wie viel haben wir? 326 immer noch minus. Und das bei so wenig Geld ist das ein bisschen blöd. Schule, dann kann man doch schnell bauen. Wo ist das denn? Hier, Schule. Hm. Hier? Ist aber blöd jetzt. Weißt du was? Hier kommt halt... Das gute Ding da kommt dann halt weg. Und dann kommt hier die Schule hin. Alles für die Bildung. Weil wenn die in die Schule gehen müssen, dann... Äh, wenn ich in die Schule gehen müssen, dann müssen die das auch. So, das wär soviel zur Schule. Wenn dein Tabak noch weg ist, kann man es ja vielleicht sogar noch ein bisschen erhöhen. Auf jeden Fall könnt ihr mal aufsteigen hier jetzt, ne? Nur so ein Tipp. Weil sonst machen wir nämlich ein riesen Verlustgeschäft. Aber wir haben schon 1000 Punkte, was immer das heißt. Es ist 213 Einwohner. Damit sind wir auch die Besten zur Zeit. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Checken wir nochmal kurz hier. 25 Tonnen Nahrung, super. Stoffe auch in Ordnung. 2 Tonnen Alkohol mittlerweile. So, und wo kann ich jetzt hier irgendwie... Warum bewegst du dich jetzt nicht mehr, ne? Nein, ach hier. Und jetzt möchte ich... Boah, ich versteh's doch nicht. Noch nicht so ganz mit diesen Dingern hier. Warum kommt denn jetzt nicht mehr dieser Geldbeutel? Ah, hier, okay. Wenn ich jetzt theoretisch... Was wollen die haben? Schon mal vergessen Stoffe, ein bisschen Stoffe hole. Kann ich die dann da verkaufen? Macht sich mal auf den Weg und dann probieren wir das einfach mal. So, und ihr wollt Tabak haben. Und wie... was bringst du mit? Alles außer Tabak. Wunderbar. Ach so, du kannst das aber ruhig. Ah, okay. Das haben wir jetzt vergessen. Ja, okay. Okay. Ne, das geht... das klappt doch überhaupt nicht, theoretisch. Das dürfte doch gar nicht funktionieren. Weil jetzt hier können wir ja gar nicht drei Sachen mal ausladen. Auf jeden Fall erstmal Stoffe. Dann probieren wir erstmal Tabak. Dann mach ich das nochmal so und dann... Holz. Also wenn das funktioniert, ne. Aber hier ausladen natürlich. Dann, also dann, dann ist es wirklich... Ja, aber der übernimmt das hier gar nicht. Oder warst du schon da? Ach, der war wahrscheinlich schon da, okay. Nö, aber er hat nichts aufgenommen. Wird hier schon was produziert? Ist hier schon was? Ach so, okay. Nix. Okay, dann kann man das auch gar nicht sehen, ob das funktioniert. Mal wenn du schon mal das auslädst. Und wieder. Ich hab grad was getrunken. Nicht so schlimm. Wenn das Schiff steht. Fahr doch mal weiter jetzt. Ah, ich verstehe das noch nicht ganz. Okay. Wir fahren nach da laden ein. Wir fahren nach da laden ein. Dann müssten wir doch das alles hier eigentlich ausladen. Ha, das ist ne riesen... riesen Sache hier. Okay, mach das mal. Und hier, der ist da. Kann man das jetzt irgendwie... Okay, hier sind Nahrung. Das ist es nicht. Wo gibt's denn die Stoffe? Hier. 22 Tonnen. Ja, nehmen wir mal 2 Tonnen mit. Und dann fahren wir mal wieder hier rüber. Schauen wir, ob wir das dann verkaufen können. Und der fährt jetzt... der fährt tatsächlich nach hier unten. Perfekt, okay. Da müsst ihr jetzt gleich 2 Ton Tabakwaren aufnehmen. Ah, das ganze Holz hier. Ja, sehr gut. Und dann... Jetzt fahr bitte da hoch und lade auch alles aus, okay? Und die Betriebskosten sind... Achso, hier in Ravensburg. Naja, gut, okay. Insgesamt sind sie noch teurer. Naja. Naja. 14... 14 müssen noch... Müssen wir noch ein bisschen erhöhen hier. Okay, das ist doof, weil wir haben eigentlich schon eine Menge Einwohner, aber... Trotzdem... Aber bringt uns das gar nicht so viel... An Ein... An Einnahmen... 381 A, perfekt. Nur noch 9 Stück, dann haben wir's schon. Ja? Hat's... Ja, das hat schon funktioniert, tatsächlich. Da ist der Tabak. Können wir das jetzt... Natürlich nicht. Weil wir jetzt noch Gewürze herstellen würden? Dafür bräuchten wir aber neue Schiffe, ne? Ich denke schon. Naja, okay, wenn die erstmal alle aufgestiegen sind, dann... geht das ja wahrscheinlich. 141 Siedler haben wir jetzt. Das waren 133, aber auch 390 Betriebskosten. Können wir das nicht irgendwo sparen? Ich mein... Warum sind das so viele? Das kostet uns... Weiß ich nicht. Und auch nur 21 Profit zu machen auf unserer Hauptdensee, ist ein bisschen im Acker. Na gut, 35, entschuldigt. Ach, hier machen wir jetzt auch 4, naja, gut. Gut. Okay, okay. Können wir was Neues bauen? Ah, ne kleine Werft, perfekt. Kleine Werft, ist ja riesig. Wo bauen wir die hin? Die passt dann wahrscheinlich gar nicht hin. Dann müssen wir sie... Ah, hier passt die an, super. Gut, dann guck die kleine Werft an erstmal, da haben wir am nächsten Mal ein zweites Schiff. Hier unten haben wir das auch schon gemacht. Na ja, gut, okay. Na ja, gut, okay.